hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal tatsächlich kommt mal wieder was weil wir uns irgendwie vorgenommen haben dass wir das jetzt vielleicht mal aufnehmen das mensch ist neu auf meins kanal hallo hier ist der echte was darf ich das nicht sagen wir hatten bestimmt keine schwierigkeiten beim start nein wir haben auf jeden fall du lockt gemacht und das heißt dass ich nur diese drei pokémon benutzt auch so ich finde ihr sieht man also dass das das die pokémon ich habe noch einen freischein dass ich ein pokémon von ihm benutzen kann also dass und ja jetzt ficken wir rot ja ich hätte bock drauf was aufzunehmen deswegen ich habe was aber das ist auch mit pikachu da macht es da ist das klar was soll noch mal deine worte das ist aber auch nur das pikachu die anderen werden nicht level 100 sein nehme ich an hoffe ich denke ich frage ich es jetzt mache ich vergleich mir die initiative zwischen pizza und austral ja aus ist auf jeden fall schnell springen sagte ginge ich gehe sagt nicht geht ja das geht nicht dann sieht man das sieht nicht so gut aus wie schnell springen ja ja easy ist eigentlich dann direkt also die frage was tausche ich aus Pizza oder Curry Pizza mein Baby okay ich muss aber wow kennt man oder kein Problem beim Start gehabt wir können sehen ja ganz normal das sollte das sollte jetzt killen ja theoretisch eigentlich nein wieder nahkampf ja ja ich weiß engineer Tristian vor allem ja ganz normal ja wer kennt sie hier heutzutage ganz normal easy hä nochmal hä warum hä achso habe ich gewundert warum das weniger damage gemacht habe auswechseln Curry 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 ist übrigens unser Starter also mein Starter ja egal so Level 90 reicht schon ja rein Leute warum hat er die ganze dazu komisch das geht nicht so viel für mein Leben ja Regigas kann ihr am Anfang nichts machen ja was soll ich machen Leute einfach dämmst du die Fläche brenn ich es auch ja eben deswegen ja Quetschgriff ja warte mach ich gar keinen Schaden überrechte Brave Bird ja sehr schön Level 90 reicht aus ich sollte nicht immer sowas sagen ja oh mein Gott oh nein scheiße was dann wird dagegen genutzt und wir werden sterben an diesem Chikuri ganz sicher warum warum denkt ihr endlich oh vielleicht reicht es ja doch nicht aus als ob das überleben würde ja ebenso ja ebenso schlupok süß ach schlupok war ja das wir haben wir haben Sondersinsucht ja stimmt stimmt da hab ich eigentlich gedacht ey wir haben jetzt grad voll Glück gegen uns ja stell dir vor der hätte weiter so krassen Monster gehabt ja das macht keinen Schaden naja eben warum sollte es 97 ja Level 90 scheint easy aus ja yo boah haben wir gerade Glück ne Scanner aber egal gegabock kann ja ja ich weiß Reption Air schon mehr weil du noch nicht hm warum wohl hm das hat bestimmt nichts mit dem Entwicklung zu tun ne okay du hast dein letztes Pokémon bruh und wir haben Sorgen gemacht ja komm Brave God ja egal ja es ist jetzt noch ein bisschen unspektakulärer geworden als eigentlich erwartet ey wie willkommen wenigstens gutes Geld oh man und speichern einfach oh nein das war ich wow das ging bisschen schneller als erwartet äh das war auch irgendwie ein bisschen zu einfach also klar ich hab jetzt ein Pokémon verloren aber äh ja äh ja gut irgendwie no comment so boah hunderte Amorose denken wir so scheiße verkackt und dann so auch nicht so delicious und dann so ja es ging ja noch ja trotzdem aber Amorose ist halt eben sein bestes Pokémon gewesen ja als letztes Pokémon das wie das geschafft haben wo die werden fast verkackt ja man ab und fast ab und fast hätten wir wirklich fast verkackt das ist das witzige dran ja als ich den Freischein nicht benutzt dann wäre ein bisschen RIP gewesen ne ja RIP wir können ja mal sagen ich hab äh ne PDF Datei in der Beschreibung verlinkt dass man sieht was für Pokémon wir gefangen haben was gestorben ist wie wir was genannt haben und wo wir was gefangen haben und sowas ja das mach ich noch fertig also wir haben das immer nebenbei gemacht weil wir mal gucken wollten yo Brudi was ist los äh da haben wir schon was gefangen ja ja wir haben aber nicht alles erforscht leider wir hätten ein schönes Mewtwo haben können ja ja was uns wirklich weiter geholfen hätte ja theoretisch aber war trotzdem gut ja wir hätten super coole Pokémon und ich hab mein Starter durchs Game bekommen und ich auch ja wir sind beide richtig stolz auf uns ey mein Starter war halt eben Schneckmark und jetzt ist einfach mal ein schönes Makago ja der war aber auch 10 Jahre dann nicht im Team drin egal ist jetzt ein schönes Makago mit Level 90 Curry war immer im Team auch wenns teilweise in deinem Team war bei Freischein ja ja dann noch ein Freischein du hast Curry dann abgegeben ja also ich nein ich musste es ja abgeben stimmt ja Curry war mein Bro ey die ganze Zeit man nigga ja das ist jetzt ein Video drin Pech gehabt kennt man ganz normal bei uns stimmt ist halt wirklich so ja ist halt so naja das äh ging jetzt ein bisschen sehr schnell zu Ende aber egal vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Video mal wer weiß ich hatte zwischendurch einfach keine Lust mehr ich hab meine Let's Plays äh auf 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 ungelistet genommen man kann sich die noch angucken also wenn irgendwer Bock hat also die Playlist sind alle noch da mal gucken ob ich irgendwann wieder was mache vernünftig äh mh ja ne Grüße gehen raus an advenotracks er weiß Bescheid er wird das Video nie sehen aber egal wenn doch dann egal dann er weiß wer ich bin er weiß es folgt uns auf Twitter ist auch in der Beschreibung verlinkt ja entfolgt mir auf Twitter ist in der Beschreibung verlinkt folgt uns bitte Dankeschön Tschüss ich verabschiede dich Tschüss Tschüss.